Was ist eigentlich ein Primer? Das ist ein Primer. Ich kann euch heute nur von meinem Primer erzählen, denn jeder Hersteller mixt sich das Zeug anders zusammen. Es gibt säurefreien Primer, es gibt Primer, der entfettet, es gibt Primer, der nicht entfettet, es gibt Primer in Stiftform, es gibt Primer in Glasflaschenform mit Pinsel. Ihr seht schon, da gibt es sehr viele Variationen drin, deshalb guckt einfach mal bei eurem Hersteller, was für Eigenschaften euer Primer hat. Grundsätzlich hat jeder Primer die Eigenschaft, den Nagel zu öffnen, das heißt anzurauen. Zusätzlich hat mein Primer die Eigenschaft, dass er den Nagel auch entfettet, was für mich sehr wichtig ist, denn jeder Mensch, wenn er sich im Gesicht kratzt oder den Finger in der Nase steckt, hat Fett an den Fingern und das wollen wir ja entfernen, sonst hält das Gel natürlich nicht. Falls ihr einen Primer habt, der das nicht kann, würde ich euch empfehlen, noch einen Dehydrator zu benutzen. Der zieht die Feuchtigkeit aus dem Nagel und dadurch seid ihr auf der sicheren Seite. Zum Auftragen des Primers kann ich nur sagen, setzt das Zeug sparsam ein. Sobald es in die Ränder oder auf die Haut des Kunden kommt, wird es für den Kunden unangenehm. Deshalb wirklich sparsam einsetzen, einmal den Pinsel kurz auf eine Zellette abtupfen und dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr nicht zu viel auf den Nagel bringt. Das Ganze verteilt sich von alleine, wird nur auf den Naturnagel aufgetragen, nicht auf einem Tipp und auch nicht auf Acryl, denn da kann es schlecht einziehen bzw. schlecht trocknen und das war es eigentlich auch schon zum Thema Primer. Ich hoffe es war ein wenig informativ für euch, wenn ja gerne share, teilen, liken, einen Daumen nach oben, da würde ich mich auch sehr drüber freuen und ja dann bis zum nächsten Mal, euer Chris.